Viramasana ist die Stellung des Aufhörens und der Ruhe. Mehrere Stellungen werden als Viramasana bezeichnet. Zum einen die Zehenspitzenstellung auf einem Bein, auch Ekapadangustasana bezeichnet. Du sitzt auf einer Faser, du hast das andere Bein über dem Standoberschenkel, du hast die Hände auf dem Knie bzw. Fuß und du entspannst ganz. Viramasana, die Stellung der inneren Ruhe und durch diese Gleichgewichtshaltung kommst du auch zur inneren Ruhe. Das ist natürlich eine fortgeschrittene Gleichgewichtsübung. Andere Yogameister bezeichnen als Viramasana die Tiefenentspannung. Virama, des vollkommen Aufhörens, der vollen Ruhe. Bei Yoga-Vidya bezeichnen wir die Tiefenentspannung als Shavasana, andere nennen es Yoga-Nidra-Sana und andere nennen es Viramasana. Die Tiefenentspannung ist eigentlich alles drei. Sie ist Shavasana, Totenstellung, du bist vollkommen ruhig, entspannt. Es ist Yoga-Nidra-Sana, der Schlaf des Yogi, also auch der Geist ist ruhig, deshalb Nidra-Sana, aber es ist Yoga, das heißt volle Bewusstsein. Und es ist Viramasana, vollkommene Entspannungsstellung, die dir hilft, mit dem Stress des Lebens gut umzugehen und immer wieder zur inneren Ruhe zu kommen. Viel Freude bei Viramasana wünschen dir Fabian, Ausbildungsleiter bei Yoga-Vidya, Sukadev und Durga das hinter der Kamera. Wenn es dir gefallen hat, schnell auf Daumen hoch, gefällt mir klicken und die Sendung mit anderen teilen. Danke.